hallo hallo leute willkommen zurück zu let's play yoshi island weiter geht's mit welt 3 ebene 5 mit dem fucking leader yoshi was meistens heißt ich könnte mich abficken wie sonst was so lol holen wir uns erstmal ein paar heuer heuer müssen sein denn da hau ich eine ist da vielleicht was nein niente gar nix du pisse daher schimpfe dich wie eben mir so ich so ich euch ja so ich euch gar das deutsch verpasst euch doch ach shit ha hier befressen für die blume oder was das doch ist sieht aus wie eine rose wo ihr nervt alter ja hier du auch ich muss natürlich alles abchecken nein ist nix 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 okay der snecke okay hey du was bist du einer du du nun du nutte was bist du für ein spaß das ist davon ist sonnenblume okay scheiße ich muss das so kaputt machen ich hasse diese arfen natürlich und wieder die viecher baum kick so und man mal mal ein bisschen weiter wort der herr du bist du für dich so erst mal oben durch alter alter die viecher auch noch dazu das ist so abnormal behindert wieder sterne du bist auf dem pesser ha nina 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 eliminate da verpiss dich so baum kick baum kick alter wieso wo 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 hab ich ich krieg der quandony junge da da u na ihr seid doch guck mal wie das auch noch in meine richtung fliegt okay jetzt haben wir mindestens die 30 doch alle auf einmal furchtbar das scheiß das ist so zu verdächtigt da unten ja sag ich ja das ist irgendwie voll verdächtig aber egal da war ein checkpoint weiter bevor du schon wieder eine bombe wirfst immer in meine richtung wieso was habe ich denn böses getan dass das bricht immer in meine richtung gehen muss ja ja das war jetzt auch nicht wie kacke das alles hier ist ich mag das land nicht aufbossen habe keine eier mehr trotz rotz alter ist da wieder nach hinten latschen hey komm gebe futter hey 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 okay versuchen wir es mal mit den eiern okay auchisen nein noch nicht gerade das war schon nix authority verarschen Voll die Verarsche, Alter. Ja, das auch noch. Ey, Waffangulo auch. Das regt mich jetzt über auf. Fickt euch doch. Nee, das dauert mir zu lange. Wo bist du, Pisser? Ja, hier. Danke. Mein Gott. Jetzt echt wegen dieser Kack-Sonnenblume. Ja, geht doch. Halleluja. Okay, da ist nix mehr. Dann da noch. Ja, ein Leben. Schön für mich. So, leckt mich. Jetzt gehen wir weiter. Hui. Das sieht so aus, wenn ich einmal runterfalle, bin ich Game Over. Ja, ist wahrscheinlich sogar wirklich so. Richtig geil. What the hell? Natürlich. Du Nutte. Da ist ja noch einer. What the... Fick dich, fick dich und fick dich. Meine Fresse. Ah, okay. Hier unten ist auch irgendwo was. Nein! What the hell? Ah, okay. Da geht's auch noch unten durch. Ah, interessant. Ah, so behindert. Scheiße. Scheiße. Mama. Okay. Mein Leben. Aber warte mal, Rotenminzen. Haben wir doch schon alle, oder? Ah, nur noch eine Sonnenblume fehlt. Bäh, schmeck's mir nicht. So, jetzt komm. Hallo. Ich scheiße auf die Münzen, Mann. Fick dich. Wie langweilig das ist. Kommt, den spuck ich auf den Nächsten, der kommt. Scheiße, wenn jetzt in der einen Teil die Sonnenblume war, dann hab ich's verkackt. Aber das glaub ich nicht mal. Ha. Pisser. Ey, wenn da jetzt echt die Sonnenblume war, dann heulich. Aber ich glaub nicht. Ich glaub, die Sonnenblume bekommt noch. Ähm, warte mal, ich geh unten durch. Bin noch nicht bescheuert. Ah, apropos bescheuert. Ich brauch ja noch... Scheiße. Ich brauch ja noch einen Stern. Ah. Ey. Ey. Ja, auf noch mal Sicherheit. Ja, okay. Das wollte ich zwar jetzt nicht, aber ist auch okay. Oh, nee. Nicht schon wieder die Clowns. Boah, ich hasse die einfach nur. Was machen die hier alle? Ich hasse euch. Boah. Ähm. Alter, was macht die alle hier? Diese Affen haben echt nichts zu tun. Oh, das sieht verdächtig aus. Ha. Sack ihr. Das sieht verdächtig aus. Ja, geil, dass ich nix sehe, Alter. Wie gemein das war. Na, egal. Ich will einfach nur noch ins CC. Allelu. Geht doch. Bonus. Bonus. Ja. Bonus. IC. es kommt der truppe ich mein robben tue ich schon genug mal gucken wer die zweideutigkeit verstanden hat 55 leben doppelmoppe jede karte gibt es zwei melde die paar auf blabla blabla eigentlich okay das ist ja eher so ein merkel spiel okay dann nehme ich jetzt erst mal das was ich vergesse ja ja josh ich hab's kapiert dass ich schon das ist richtig hart so dann war das blaue hier okay dann die zwei grünen waren untereinander okay dann hier müsste rot sein und hier müsste rot sein habe ich nicht drauf junge ich hab's richtig drauf oder das weiß ich sogar auch noch geil okay jetzt gibt es nur noch eins was ich natürlich jetzt nicht mehr weiß 20 20 war hier unten oder okay im prinzip ja okay dann habe ich ja schon habe einmal verkackt ja und naja stimmt das gibt ja dann zehn level ab scheiße ich hätte zuerst die 20 sterne münzen im sonn die bringt es nämlich natürlich mehr egal 131 leben leute läuft bei mir so leute bis zum nächsten mal ja ciao